Dass eigentlich der Urgedanke vom SVK, auch vom Redoc, Menschen in Not zu helfen, aufrechterhalten, optimiert und weitergeführt wird. Weil menschliches Leid, ob Verschüttete oder Vermisste, nicht lösen können, ist für die Angehörigen eine grosse Tragik. Aber das ist eines der möglichen Hilfsmittel. Zu 50 Jahren ist meine Hochachtung und mein Respekt für Gründungsmitglieder vom SVK, vom Schweizerischen Verein für Katastrophenhunde, heute Redoc, in erster Linie da. Aber es ist auch detailliert in den Sprachregionen, die einzelnen Gruppen, die sogenannten Regionalgruppen, die es heute gibt, die das eigentlich weiter ausgeführt haben für den Schweizerischen Verband.